Das Macher-Dasein wird belohnt, shit. Ich hab Herzgelaufen nach drei Stunden Schlaf. Muss eh die killen. Liebe an den Impostor, liebe. Wo, wo, wo? Äh, Storage. Was? Waren wir eben, hä? Ich war gerade bei Communications, bin rausgelaufen, bin in Storage rein. Nee, du bist von Storage zu Communications, dann ist die Tür zugegangen, dann bist du wieder von Communications in Storage rein und hast die Leiche reportet. Hör mir kurz zu, ich bin gerade runtergelaufen, hab Admin gemacht, bin weiter runtergelaufen, bin dann zur Richtung Communications, da hab ich Rohart getroffen. Dann wollte ich wieder weiter zurücklaufen, weil ich Richtung Electrical wollte, da ist die Tür zugegangen. Dann aber geh die Tür auf, ich geh in Storage, halte ich die Leiche. Ja, ganz easy, du bist von Admin runtergegangen, hast bei Storage jemanden gekillt, bist nach rechts gegangen, hast die Tür zugemacht, dann dachtest du, ja, ich geh nach links, hast die Leiche reportet und bam, verdammte Scheiße, du wurdest gepackt. Du Wichser, Allaufschiff, Stroh mit dem Bastard. Bei Storage waren die Türen zu, ich wollte reingehen, lauf gerade rein und dann seh ich Matze, da kommst du gerade von Communications, Matze, ne, oder? Genau, das seh ich, seh ich, dann wurde Reporter, also die muss ja irgendwo oben sein, oder? Ich könnte es rein theoretisch gewesen sein, aber das Ding ist, ich hab aufgemacht und alle sagen, ja, direkt, direkt seit Reportet. Was ist das, was sagt ihr? Ja, wer, 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 derzeit auch gar keiner reinkommen könnte, wer wäre schon Clownsskill. Aber hast du, hast du jemanden gesehen? Du hast es nicht mal am Anfang gecalledt, sonst hättest du es gecalled. Digga, ich bin direkt gewählt. Ich hab einfach, ich hab einfach die Leiche, einfach reportet, weil sie da lag und wenn ich da keinen gesehen habe. Ah, Chef, Mock, aber ich hab, aber ich hab ein bisschen gut abgelenkt. Ach, Scheiß. Gut abgelenkt ist okay. Ah, ich danke. Ich hab extra den Scotty, den Knossy King gewählt. Oh, wieder hier. Bei der Scherex. Ich muss irgendwas tun, aber ich weiß nicht was. Weiß nicht wie. Hm, hm, hm. Ah, ist schwierig hier. Hm, 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 hm. Gut. Ah, hier ist, ich weiß nicht, hier geht nix. Hier geht nix, Chat. Scheiße, Digga. Weiß ich nicht hier. So, ich komm von Communications. Bei einer Cams? Nee. Wo seid denn ihr? Ich bin gerade in Communications gelaufen unten bei Stor. Warte mal, wer ist alles links? Wer ist alles links zu Rektor? Ich bin gerade. Ich. Ich gerade. Also ich bin gerade wirklich zur Tür rein, wollte gucken, ob da eine Leiche liegt. Ich bin da jetzt bei Rektor. Bei Rektor bin ich gerade. Nein, nein, wo ist die Leiche, meinst du? Das weiß ich nicht, ich hab sie nicht reportet. Nee, also für mich ist der Chef. Der Chef ist sowieso zu 100%. Digga, wo ist denn die Leiche? Guck mir das mal, bitte. Voratmen. Voratmen? Ja. Ja, genau, ich kam, genau, ich kam von Shields, bin runter, also von Shields, Storage, bin aber runtergelaufen, hab bei diesem Müll, äh, bei dem Müllscheiß vorbei und hab dann Eldos gesehen. Also ich bin da an Eldos gelaufen. Eldos muss ich gesehen haben, bitte Eldos. Ey, Jungs, die Frage ist, seid ihr für den Spice? Weil ich hab hier, ich hab hier einen Call. Ich hasse diese Spice Calls. Gut, Chat, sehr gut, sehr gut von mir. Ja, ich stehe, ich spiel dann auch hier vor dem Ding. Ja, aber Rohart weg, es muss Koray weg. Einer von den beiden muss noch weg. Task ist auch gut Zeit noch eigentlich im Start. Wobei Eldos. Hm, Rohart. Wo, komm mit hier, komm mit hier. Komm mit, mein Süßen. Scheiße. Chef gehen, Bruder, bei Eldos. Wie denn? Nein, nein, da kommt's zu. Aber hör mir, komm zu. Ich hab keinen Kill gemacht. Rybix hat mich grad einen Electric Kill gesehen. Ich bin in der Electric Kill drin. Aber es sind zwei Kills gefallen. Ja, es sind zwei Kills gefallen und wir haben nur einen gefunden. Hä? Und ich hab gerade Electric Kill eine Aufgabe gemacht. Ja, das ist schön für dich. Und? Und? Ich bin gerade in der Cafeteria am Ende jetzt hier. Und oben, oben in der Cafeteria. Ich hab keine Info, leider. Danny wurde letztens noch nicht von Eldos gesaved. Eldos, bitte. Er muss mich noch gesehen haben. Er denkt mit den Eagles nach. Bitte, Matze. Wir müssen jemanden wählen. Ich bin irgendwie für Koray. Ich bin irgendwie für Koray. Aber Danny, bitte. Ja, Bruder, ich weiß nicht. Ich war aber nicht fast. Weil Koray alleine war. Ich geh auf, wir müssen ein wenig, ich geh auf Koray. Ich geh auf Koray. Ich geh auf Koray. Ich glaub, wir werden hier gedribbelt. Ich glaub, wir werden hier gedribbelt. Ist vorbei. Wenn ich jetzt noch Zeit hätte, würde ich auf Danny gehen. Er würde sowas, wenn man nicht spielen. Koray, Koray kann es nicht sein. Danny würde sein. Ja, aber Karay noch gesaved. Gut. Ist vorbei. Ich hab fast gerade, Danny. Scheiße, Chat. Ich musste was tun. Fuck. Gut, Chat. Ich muss noch aufspielen hier. Verkaufen, wahrscheinlich Chef verkaufen. Fuck me. So, ich geh die ganze Zeit mit Elders. Bin die ganze Zeit mit Elders. Ich bin nur noch Zeit für den Tasker. Ich muss zwei Kills, oder? Ich hab zwei Kills bei euch, ne? Ich brauch drei, ach du Scheiße. Ja, vorbei. Also muss Koray weg. Also muss Koray weg. Oh, Matze. Matze. Also, ich weiß, es ist kein Kill gefallen. Hört mir zu, hört mir zu, hört mir zu, okay? Als Chef muss richtig gewesen sein, sonst wäre es for over. Ja, und deswegen drück ich mich. Ganz kurz, ganz kurz. Also, ich war gerade low engine, bin nicht nur storage gelaufen. Mir ist Danny die ganze Zeit hinterher gelaufen. Ja. Dann bin ich storage rein, erst bin ich die ganze Zeit hinterher gelaufen. Dann ist die storage zur Tür gegangen. Und wir sind dreimal runden gelaufen, weil er mir die ganze Zeit hinterher gelaufen ist. Ja. Jede Weile danach, ja. Und dann gehen die Türen auf. Und dann kam Musti und dann ist sie abgegangen von mir. Erste Frage an euch, ich weiß nicht, erste Frage. Hat jemand einen Task von euch? Seid ihr es? Nein. Ja, ich glaube, ich habe ganz recht. Ich habe noch eine. Da wir wählen müssen, Musti ist es nicht. Musti hat Elders gewählt, Ryrex würde nicht draufdrücken. Danny hat nichts gesagt. Ja, weil ich nicht reden darf. Matze hat erstmal fucking Chef auch gesaved, ne? Just saying, ne? Just saying. Du hast ihn gesaved. Ja, wir skippen. Put dir die Task an. Das war wirklich dumm, Ryrex. Bro, es retalked Steril, Chef. Matze hat Nasen... So, mein Call. Matze hat Nasenbluten. Will jetzt hier ein dickes Play machen mit dem Emergency-Button. Es kracht bei ihm. Digga, bitte Voter einfach. Ja, geil. Chef, du bist ein Wirt. Chef, du moxt. Das war einfach random, einfach random. Digga, Matze, Matze. Ja, Matze. Ich war doch in Killrange. Bist du denn dumm? Wir waren eingesperrt. Ich war in Killrange. Ich kill dich nicht. Digga, von mir eigentlich eine schöne Runde, Chad. Von mir eigentlich eine schöne Runde, muss ich sagen. Hab da eigentlich einen aufgespielt. Schöne Kills gemacht. Eigentlich war es eine schöne Runde von mir. Ja, lass auf Koray gehen. Ich dachte halt, weil keiner Koray gesaved hat. Weil Koray alleine war, dachte ich, ich kann ja alle mobilisieren auf Koray. Wenn Koray da rausfliegt, haben wir es gewonnen. Schade. Back to back. Was da? Passt, okay. Chad, das dürft ihr doch nicht zu ernst nehmen. Das dürft ihr nicht zu ernst nehmen. Das ist hier so, was ich lieb, das neckt sich mäßig in der Gruppe, wisst ihr. Wir alle mögen uns hier. Wir alle mögen uns. Wir alle sind Homies. Und, ähm, klar, den einen kenne ich mehr als den anderen so. Ich bin jetzt hier nicht mit einem super, super Dicke, wo man halt, äh, regelmäßig chillt. Weil überall ist Sympathie da. Alle mag man hier so. Hä? Erste Runde. Warte mal eben. Ich bin für diesen Kerl einmal rausgeflogen. Weil ich hier in der ersten Runde eine Task gemacht habe. Weil Mo meinte, dass es diese Task oben links in der Cafeteria erst in der zweiten Runde gibt. Dafür bin ich in einer meiner ersten Among Us wirklich rausgeflogen. Was macht Eli jetzt hier? Ja. Also Eli ist es nicht. Wenn Eli und ich jetzt hier so gegenüberstehen, alleine. Also Eli ist es auf gar keinen Falschheit. Eli ist es nicht. Oder er holt sich jetzt ein Alibi auf ganz, auf ganz Smart. Macht da keine Tasks, Digga. Was, er wird das schon irgendwie. So, Eli. Gut. Warte mal eben, Eli. Ich biete sie an. Nutzst du mein Klopapier, Eli? Komm her. Komm her, Eli. Komm her. Komm her, Eli. Komm her. Eli, komm her. Eli hier. Eli. Komm her, Eli. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn auch. Es ist Eli. Es ist Eli. Wie, es ist Eli? Nein. Lass dich einmal kurz reden. Nein, lass mich. Nein, ich hab doch die Leiche gefunden. Dann sagst du, dass du da sagst, zu reden. Aber ich hab gesehen, wie da rausgewendet ist, Bro. Es ist Mo. Oh, Ficksele raus. Oh, SÜ. Ich hab noch einen wichtigen Call. Redeball, Redeball anmelden. Redeball gemeldet. Ich bin rausgelaufen, ich bin rausgelaufen aus Electrical, Kuba ist reingelaufen und Rohr, du bist mir noch entgegengekommen. Ich bin weggelaufen, hab ne Task angefängt, bin zurückgelaufen, wollte mich dann Electrical checken, da die Leiche, wo bist du nur hingelaufen, würde ich wissen. Du heißt, sondern wieder links. Bist du dich aufs Touch gelaufen? Danny war die unten rechts in dieser... Ja. Okay, weil das war, ich hab einfach nur angetäuscht, weil ich wollte bis zum... Redeball. Nein, nein, ich will kurz reden, lass mich kurz reden. Ich bin von oben gekommen, bin zum Reaktor, hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bin zu Camps. Ich guck Camps, ich bin Camps, wenn wie Mette so aufgeht, also von Camps auf... Ja. Da muss irgendwo die Leicht... Ach, das ist ein Musi. Ganz kurz, lass es mal... So, Redeball, Redeball, ganz wichtig, wichtiger Call. Wichtiger Call. Redeball, ich bin der Dreine, ich hab ihn angemeldet. Guckt euch auf meinem Kopf, guckt euch auf meinem Kopf. So, ach, Digga, ihr seid Bastarde, scheiß auf euch. Ich, ich bin doch froh, wenn wir bald den neuen Squad am Start haben. Digga, wie sehr... Ich merke, ich rede mal seit 10 Stunden an, seit 10 Stunden welchen an. Und ich komm nicht zu Wort, Digga, ich bin so irrelevant. Ist das krank, Digga? Ist das krank? Mir fällt schon schwer, jemanden über den Mund rüberzufahren, also ins Wort zu fallen, fällt mir so schwer. Probier's aber hier, weil ich hier einfach reden möchte. Und die kennen da keine Skrupel, die saften da einfach ab, Digga, mit ihrem verbalen Dünnschiss, Digga. Mit ihrem verbalen Dünnschiss. Hier ist auch grundsätzlich so, wer schreit, hat recht. Wer schreit, hat recht. Oh, oh, ja. Oh, wie schön. Oh, ist das schön. Gut, alles wieder gut. Also, Sales Feind, Hilfe. Also, vom Ding her war mein Call... Mein Call hätte jetzt eigentlich nichts dazu beigetragen, wäre eine Zeitverschwendung gewesen. Aber ich wollte einfach lustig sein. Ich bin auch da fürs Entertainment-Shit. So, Jello. Warte mal, wenn hier jetzt eine Leiche hier liegt, dann muss die Kamm eben sehr sass irgendwie rausgelaufen da. Gut. Das ist sass wahrscheinlich, oder? Muss die... Chef. Ist der hier in Matze reingelaufen? Machen wir eben. Machen wir eben, ist die Matze safe? Ist er nicht hier und dann ist er hochgekommen? Ist er da gewendet, um den Kill zu machen? Warum wird er da wenden? Matze ist ein Wirt. Matze ist sehr, sehr bad. Chef, wollte er gerade in die Wände hüpfen, da? Nichts, die Gespenster hier. Das sah schon sehr komisch eben aus, oder? Oh mein Gott. Wie kracht's? Schlafmangel. Elders Matze. Chef ist immer hier. Komm, Chef. Oh mein Gott, Chef. Ich weiß nicht. Hab ich Hallos? Hört's, bin ich hier? Chef. Was passiert denn hier? Wo ist die Leiche? Sag mal nur links oder rechts? Links für Electrical. Kann auch nur sein. Ich hab rechte Seite zugemacht. Ganze Runde rechts patrouilliert. Danny, was hast du da gemacht? So, Spicy Call. Ich bin rumgelaufen, weil ich Halli-Sass hatte. Als die Lichter ausgingen, pass auf, als die Lichter ausgingen. Oben bei Electrical stand der Chef Stobel. Und es sah so aus, als würde er gar nicht in den Wend hüpfen wollen. Und dann hat er mich gesehen. Dann Lower Engine. War Elders gar nicht. Ich glaub, da ging die Tür zu Elders. Das ist nur was eingesperrt, right? Ja, ich war links eingesperrt. Also, guck mal. Er war eingesperrt. Das heißt, er kann nicht so schnell von Reactor in Upper Engine wenden. Und dann Security sein. Oder Electrical den Kilo holen. Chef war alleine da. Chef ist jetzt raus. So, der Karl spielt auch vorne. Bitte, folgt dem Karl die Tasks. Ich war in Camps, hab geschaut, was passiert. Bin runtergelaufen, hab alle meine Tasks durch. Ich hab sogar Electrical gefixt. Die Tür ist dazu. Ich geh rein. Danny läuft da unten die ganze Zeit rum. Ich geh rein, da liegt eine Leiche drin. Jetzt hast er mich. Was ist das denn? Also, es ist Chef Strobel. Es ist Chef Strobel. Mag mal was. Oh, ich bin heute so ein Aufzert, ne? Die Verteidigung von Chef klang schon sehr überzeugend irgendwie. Aber so gut kenne ich Chef noch nicht. Ich weiß nicht, wie gut er lügen kann. Roart war auch sehr ruhig. Das müsste, also, dass ich mir Elders da gemerkt habe, wie Elders eingesperrt war, auch krass. Er kann nicht so schnell wenden. Nicht so Electrical oder Securities. Wahrscheinlich Roart. Ich weiß nicht, hab ich schon einen rausgeworfen. Ah ja, Mo. Obwohl, nee, nee, nee. Ich mach die Scheiße hier. Hoart Elders zusammen. Ich mach die Scheiße hier. Kein Bock wegen den Dings zu verlieren. Ich bin so stark, Chef. Wer ist das vor dir, Roart? Oh nein. Oh mein Gott. Roart, wer läuft gerade vor dir? Oh mein Gott. Was spielt? Also. Nein. Es ist Chef, oder? Ich bin in Edmund. Bitte, Corey! Nein, hör mir zu. Hör mir zu. Ich bin Edmund. Nein, ich bin in Edmund. Ich bin in Edmund. Hoare. Nein, hoare. Ich bin in Edmund. Bitte, Corey. Schockseilverteilung. Danke, Corey. Bruder, ernst. Maschallah, der Schüppchen. Bitte. Weil du doch hast. Ein Double Kill. Das ist... Mo war falsch. Mo war falsch. Okay, Mo war falsch. Gut, war nicht mein Gott. Musti. Musti kam eben sehr sass irgendwie rausgelaufen da. Weht mal, Chef. Weht mal, Chef. Nein, nein, nein. Danke, Corey. Bitte. Bitte kurz, du bitte, Corey. Nein, warum willst du? Ich bin in Edmund drin. Aber guck mal, guck mal, er lügt gut. Danny hat dich auch gehasst, Chef. Muss dies, glaube ich, der andere dann. Digga, Chat. Wie ich in der Tat habe beim Event. Man war halt schnell Security. Also, heute spiele ich einen Auf-Chat. 99 habe ich verdient heute. Will ich auch nix hören? Will ich nix mehr hören? Brutal. Wir verlieren die aber trotzdem im Chat. Aber weil ich auf jeden Fall nicht zum Reden komme, ne? Alle... Digga. Weil ich Spice call, sagt Eli was. Der Große Eli sagt was. Alle auf, Danny. Sag ich was? Scheiß drauf. Du hast einen Kill noch, ne? Koray. Danke, Bro. Danke. Samstab war es wichtig. Ich spüre heute so einen auf. Ich hab dich so entlaut, Chef. Ich hab dich so gefickt. Ich hab dich so entlaut, Chef.